Weil ich hab sowieso, ich sterb sonst eh. Oh ja, jetzt nicht wundern, jetzt wird's ein bisschen strange. Okay, also, wie ich das gespielt hab, dachte ich auch so, okay, Entwickler, was habt ihr euch dabei gedacht? Aber, okay, schau einfach zu. Und gib deine Kommentare dazu ab. Ich will deine Reaktion. Ähm, das ist ein Wahnsinn. Es wird noch besser, glaub mir. Die hat so Angst, wahrscheinlich, dass sie die Kräse macht, dann fährt sie runter, dann wird sie zu angst, oder was? Dass ich hier so rollen muss. Ach ja, in der Truhe ist eine Waffe drin, im Übrigen. Aber ich nehm die nicht. Du kannst gern mal gucken, was es dann für eine ist. Aber das machen wir, wenn wir die Gegner verklopft haben. Oh, okay, warte. Ich versuch das kurz... Ja, genau. Versuch das kurz zu regeln. Hier so. So, jetzt, hier guckst du. In der... Nein, doch noch nicht, warte. Wir haben Gegner. Ich glaub, die ist recht stark, was Kraft angeht. So. Ist das ein liebiges Geiger? Was? Ja. Äh, mit dem Seepferdchen bist du im Wasser schneller, aber mehr bringt dir das nix. Ich mag es nicht, weil dir das wirklich nicht viel bringt. Magst du die Kirschen haben? Hier, nimm die Kirschen. Die Kirwater ripped leider. Ach, ich ¼iii. Juste einfach mal. Da ist wieder eine Truhe. Da müsste auch wieder eine Waffe dran sein. Du kannst jetzt gucken, ob du die nimmst oder die andere behalten willst. Musst du nur dahin gehen. Jetzt müsste dann bald wieder so ein Mini-Boss kommen, bevor der Endboss kommt. Ja, jetzt müssen wir noch ein paar Leute verkloppen hier so. Ja, es klaut Geld, sehr schön. Ja, jetzt müssen wir... Nicht durchs Feuer rennen, du kriegst Schaden. Das habe ich auch irgendwann rausgefunden. Ah, jetzt kommt hier eine Mini-Boss. Hier so. Und nach diesem Mini-Boss kommt der fette Endboss. Äh, es ist aber kein Bosskampf, wie du ihn dir vorstellst. Es ist mehr eine Flucht. Siehste dann. Oh Gott. Oh Gott. Ich kann wieder sprechen. Ah, da könnte ich ja wieder verletzen. Ich weiß, was das überhaupt ist. Also negotiations ist. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Äh, gleich, Moment. Okay, jetzt kommt die Flucht. Also du musst nur schauen, dass du durch die Türen durchkommst und über Baumstämme springst und nicht drauf gehst. Also, ja, man rennt jetzt weg. Äh, geh nicht zu weit vor, sonst siehst du nicht, was kommt. Bleib irgendwo da, wo ich bin. Ja, das muss man recht blöd timen teilweise. Ja, ich habe das auch immer nicht hinbekommen. Ups. Ist okay. Was? Ich bin auch nicht offen hier. Ich bin schon... Ich muss es jetzt schaffen, kann das sein? Ja. Und du schaffst das schon. Ich glaube, man geht irgendwo. Das ist schön. Ich glaube, ich müsste es bald haben. Ich hoffe so. Yay. Woo. Okay, das ist lustig. Ich springe auf irgendwas drauf. Und weiche Steine aus und so. Und so. Und so. Da kann man draufhüpfen. Ich kann auch einfach nie, bis draufhüpfen. Da will ich draufhüpfen, oder? Ja. Da kannst du draufhüpfen und dann halt den Sachen ausweichen und so. Was ist... Was ist... X ist normaler Angriff bei dir. Ach, Kacke. Die Viecher sind... Ja, blöd. Ich hasse dieses Level eigentlich. Also das, was jetzt hier die ganze Zeit abgeht. Das ist so langwierig. Das ist echt ätzend. Also mich ätzt es total an. Ich hoffe, wir haben das bald hinter uns. Das ist so langwierig. Was ist so langwierig? Ach, Kacke. Ich geh grad wieder drauf. Cool. Ach ja, wenn du da stirbst, kann ich dich nicht wiederbeleben. Muss ich das alleine schaffen? Das wär ja voll ätzend. Ich guck dir grad wieder zu sterben. Ach. Das wär ja voll ätzend. Es ist ja so langwierig. Das ist ja nicht die comparable. Wir stehen mit beiden. Ich weiß nicht, wie ich es gibt. Okay. Also lass mich... Ja. Oh. Oh Gott. Äh, ja, jetzt wird's lustig. Jetzt kommt nämlich der Boss. Bleib einfach irgendwo immer in der Gegend, wo ich bin. Und es kommt immer wieder was vorbei, wo du draufhüpfen kannst. Ach ja, hier. Du hast bereits was. Ach, kacke. Ach, shit. Warum denn mich? Okay, das Viech kotzt jetzt ein Bällchen. Das musst du zerstören. Äh. Was gucken wir jetzt? Ah. Ich nicht überhaupt. Du bist irgendwo hinter dem Boot, glaube ich. Ja. Ich? Ich. Bleib beim Boot. Bleib... Ja, okay. Ist okay. Das puncht jetzt. Ich bin nicht down. Ich muss nicht verletzen. Ich glaube so. So. Du bist down. Jetzt muss ich das alleine schaffen. Cool. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Ja. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Ich habe alles noch. Ich habe alles noch. Was? Haha. Was macht eigentlich der Viech dahinter? Der reitet das Viech. Nein, der links. Ähm. Ja. Genau. Und so. Ne? Ich hasse dieses Level. Probieren wir es nochmal. Jetzt sind wir wieder zu zweit. Weiß nicht. Wir können auch Pause machen jetzt mal. Hier so, ne? Das ist perfekt. Und wann anders weiterspielen. Ja, tun wir das. Okay, dann, äh, Leute. Dann, äh, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, uns schon wieder mal beim Failen zuzuschauen. Aber ich glaube, da haben wir uns besser angestellt als jetzt bei Battle Blocks. Ja, schon ein bisschen. Hat es zumindest. Ja, ja. Da, da kenne ich wenigstens das Spiel. Das ist schon mal Vorteil. Ja. Gut, dann. Vorzeilhaft. Gut, dann würde ich sagen, wir spielen dann alles wieder mal in einer anderen Session weiter. Ich habe ja jetzt genug zum Hochladen und so. Und ich hoffe, es hat euch allen Spaß gemacht. Gut, dann bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Tschüss.